Ja, dies ist mein Leben gewesen, und ist es noch, das Leben eines Unwürdigen und Unglücklichen. Aber dennoch glaube ich, daß Gottes Walten in meinem Leben spürbar ist. Meiner eigenen Kraft wird es auch der Doktor nicht zuschreiben wollen, daß ich das Dasein der Verbrecher, so muß ich die Spanier nennen, die sich Indios anbefehlen lassen und sie als Sklaven missbrauchen, aufgab und das Kreuz ergriff. Und was wäre wohl am Leben eines Menschen und der Völker des Forschens wert, wenn nicht dieses Walten Gottes? Das hätte der Doktor erkennen müssen. Was er mir vorwirft, trifft mit vollem Recht den Bartholomé de las Casas. Diesen habe ich nicht zu verteidigen. Ich stehe dafür, daß Gottes Stimme an die Ohren der Menschen dringt, die im Unrecht leben. Und im Unrecht leben wir alle. Denn wer kann sagen, daß ihn die Gaben der Gottlosen nicht auf irgendeine Weise berührt und getragen hätten? Der Frevel dringt in alle Adern ein. Unser Volk lebt davon, und selbst wenn wir die Altäre des Herrn und der Heiligen schmücken, so tun wir es mit erpresstem, blutbeflecktem, von Tränen benetztem Golde. Oh, es kann ja nicht sein, daß ein König vom Unrecht weiß und es nicht abstellt. Aber die Könige wissen nichts davon. Freilich ruht das Recht nicht in der Brust der Könige, wie die italienischen Staatslehrer sagen, sondern der König ist der Hüter des Rechts, darum muß ihm Recht berichtet werden, damit er in einem jeden Falle wisse, wie er zu entscheiden habe. Geschieht das nicht, so kann der König nicht sein, was er sein soll. Der erhabene König Ferdinand hat nach dem Tode der Königin Isabella im Namen unserer Herren und Königin Johanna zu Burgos Gesetze erlassen, in denen er verfügte, daß die Indios, nachdem sie den Spaniern auf Lebenszeit zugeteilt waren, aus ihren Dörfern gerissen und nach dem Gutdünken ihrer Herren und in deren Nähe in großen Hütten zusammengedrängt werden sollten, daß man auch die Katziken und Fürsten, deren Recht und Anspruch doch keine geringeren sind, als die unserer eigenen Fürsten und Könige, wie die Untertanen aus ihren Ländern treibe. Wie aber konnte ein König verfügen, was wieder das Recht ist, Kraft dessen er herrscht? Wie konnte ein König Königsrecht missachten? Das ist geschehen, weil der edle König Ferdinand auf das Schändlichste belogen worden ist von den Admiralen Bobadilla und Ovando und seinen eigenen Räten, denn sie haben dem König vorgestellt, daß die Indios verbrecherischer Natur seien, allem Schlechten von Grund aus hingegeben und dem Glauben und der Arbeit abgeneigt. So hat der König geglaubt, sie wie verbrecherisches Volk behandeln zu müssen, und er hat darum das Gesetz zu einem Grundstein des Unrechts gemacht. Die Schuld trifft die Räte und Diener des Königs, und ich verklage sie darum und werde sie vor der Nachwelt verklagen, so weit meine Stimme reichen mag, wie wohl sie längst alle unter der Erde liegen, und der Admiral Bobadilla mit all seinen Missetaten und den Goldklumpen, die er heimzubringen gedachte, auf den Grund des Meeres hinabgefahren ist. Seht ihr denn das Gericht nicht? Und seht ihr nicht, wie Gott den Sündern Land und Siege und Macht und Ruhm und Reichtum zuwirft, um sie damit zu verderben? Und hat Kolumbus nicht schon zu Lebzeiten dafür in Ketten gebüßt, daß er Menschenraub und Menschenhandel getrieben hatte? Wohl ihm, denn er war im Grunde seiner Seele ein wahrhaftiger und argloser Mann inmitten der Listigen und Rechner, und Gott erwies ihm die Gnade, ihn schon auf Erden büßen zu lassen, was er verbrochen hatte. Aber vergesst nicht, daß er Bobadillas Ketten trug. So werden auch die schuldig, die das Gericht an den Schuldigen vollziehen. Oh, daß es doch möglich wäre, den Königen zu einer jeden Stunde die Wahrheit zu sagen. Oh, daß doch die Stimme der Männer, denen das Geschick ihres Volkes im Herzen brennt, einen eigenen Ton hätte, so daß sie sich von allen anderen Stimmen unterschiede. Oh, daß die doch nicht schweigen müßten, die vom Geheimsten leiden wissen. Es sind ja so unbegreiflich wenige, die allein als Zeugen leben, um zu sagen, was wahr ist. Und in welchem Maße das Leben der Menschen der ewigen Wahrheit widerspricht. Ich habe einige heilige und tapfere Männer gesehen, aber wohin ich kam, hörte ich die falschen Stimmen derer, die etwas wollten für ihre Aussage. Und wenn eines Königs Ohr auch geschärft ist vom Wächterdienst, wie soll er im Lärme erkennen, ob ein Mann spricht, dessen Wort sein Schicksal ist, oder ein Mann, dessen Wort seinen Kaufpreis nennt, sei es nun Amt oder Rang, oder sei es auch nur die Erlaubnis, bleiben zu dürfen, was er bisher gewesen. Gelangte aber die Wahrheit an die Ohren der Könige. So wäre alles gut. Wer edlem Stammer angehört, kann sich ihr ja nicht verschließen. Und ist es Königs Herz getroffen von der Wahrheit, so muß sich sein Reich verwandeln. Und einmal müssen die Geringsten und Fernsten, die unter dem Unrecht schmachten, vom Recht erreicht und befreit werden. Denn ich bin es lange müde, mit Gründen zu streiten. Die Gelehrsamkeit läßt sich an ein jedes Ross hängen und von ihm fortziehen. Mehr hatte ich nie zu sagen und werde ich nie sagen können als dies eine. Wir können mit schlechten Mitteln Gutes nicht erreichen. Und unsere Mittel sind schlecht. Und wenn ich den Spiegel der Wahrheit hier emporhalten dürfte, hier, vor deinen Augen, Herr und Kaiser, so würde er tausendfach die falschen Mittel spiegeln. Und es müßten alle schamrot werden, die hineinblickten. Ich habe gebeten, daß ich sprechen darf von dem, was ich gesehen. Und ich soll es tun. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich habe gesehen, wie Völker untergingen. Wenn die Indios auf Kuba Papageien fangen wollen, von den Grünen, die nur an der Stirn über dem Schnabel eine bunte Feder tragen und im Mai besser als Wachteln oder irgendein anderer Vogel schmecken, so schicken sie einen Knaben mit einem lebenden Papageien auf einen Baum. Es braucht nur ein Knabe von zehn oder zwölf Jahren zu sein. Er birgt sich in den Ästen und legt sich ein Büschel Stroh oder Gras auf das Haar. Dann streicht er dem gefangenen Vogel über den Kopf, so daß dieser einen klagenden Schrei ausstößt. Und alsbald schwirren die Papageien von allen Seiten heran und setzen sich auf die Zweige. Es sind deren so viel, daß der Baum zu einem einzigen Vogelhaus wird. Der Knabe nimmt sachte einen dünnen Stab zur Hand, an dem eine leichte Schlinge befestigt ist, und schnellt diese dem nächsten Vogel um den Hals, zieht ihn heran, dreht ihm den Hals um und wirft ihn hinab. Dann fängt er den nächsten auf die gleiche Weise. Und der Schrei eines jeden zieht neue Vögel herbei, wenn deren noch Platz haben in den Ästen. Und wenn der Knabe nicht müde wird, kann er in seiner Arbeit fortfahren, bis unter dem Baume sich ein grüner Hügel von tausenden von Vögeln aufgetürmt hat. Denn die Papageien weichen nicht von dem Baume, solange sie die klagende Stimme hören. So habe ich die Bäume der Völker angetroffen auf den Inseln und im Festlande. Es waren Bäume, die seit vielen hundert Jahren in ihrer Erde wurzelten. Ihre Äste hatten sich mächtig entfaltet, und es wimmelte in ihnen von unzähligen Geschöpfen, Volksstämmen, die alle ihre eigene Stimme hatten, denn sie sollten Gott, den Herrn, preisen, der sie zu seiner Freude geschaffen hatte. Es waren königliche Vögel darunter, den lang geschweiften Smaragdenen gleich, die vom Volk in Guatemala verehrt werden und deren Leben in der Tat auf eine geheimnisvolle Weise verbunden war mit dem Leben der Könige. Denn als der letzte König gegen Almagro um sein Reich kämpfte, fiel erst der Vogel wie ein blitzgrünen Feuerstod vor ihm nieder. Und dann fiel der Fürst. Ich habe noch das ungestörte Leben erblickt in den Bäumen des großen Gartens, den unser Herr inmitten des Meeres als das Wunder aller Wunder angelegt hat. Aber dann habe ich gesehen, wie die Äste leer wurden und wie der tückische Knabe mit der Schlinge nicht aufhören konnte zu morden. Ich habe Tag und Nacht und Jahr um Jahr und wo immer ich ging und stand, ob ich arbeiten oder beten, ob ich ruhen oder predigen wollte, den Klagelaut der Sterbenden und Gefangenen gehört, der die Brüder in den Tod lockte oder doch den Tod der Brüder bedeutete, bis endlich die gewaltigen Bäume leer und stumm dastanden auf Haiti und Kuba und Puerto Rico auf den lokaischen Inseln und in Mexiko und in Darien, an der Küste von Paria und auf den Eilanden, die sie umkirpen. Und wie lange noch, Kaiser, dann wird auch in den uraltehrwürdigen Wäldern Neu-Granadas und Perus und Chiles sich kein Vogel mehr auf den Zweigen wiegen. Und die fremden, wundersamen Stimmen der Völker werden nie mehr zu hören sein. Und sie sollten doch Gottes Lob verkünden bis zum jüngsten Tage. Und die Welt wird ohne sie sein wie ein Kirchturm ohne Glocke. Aber ich habe auch die Toten unter den Bäumen gesehen, Hügel und Berge von Toten. Es waren viele tausend Kinder darunter, die auf Kuba in wenigen Jahren Hungers starben. Weil ihre Eltern nicht mehr Zeit haben, durften sie zu ernähren. Denn die Eltern mußten mit erstarrten Herzen das Gold aus der Erde wühlen für ihre neuen Herren. Es lagen Könige unter den Bäumen, edel wie du, aber ohne ein Zeichen ihrer geraubten Würde. Könige, denen man die Ohren abgeschnitten hatte wie gemeinen Dieben. Andere, deren steife Glieder noch von Fesseln umwunden waren und wieder andere, die samt ihrem gefangenen Volke mit dem Sklavenschiff versanken und ertranken. Es lagen Greise darunter, die man wie kehricht vor die Haustür geworfen, weil sie nicht mehr taugten. Edelgestaltete Mädchen, deren Leiber geschaffen waren, die Seelen einer Heiligen zu bewahren und die einem spanischen Zuchthäusler gedient hatten für seine verworfene Lust. Und wie viele sterbende Frauen hielten tote Kinder an der versiegten Brust. Andere sah ich liegen, die zu schwach geworden waren, zu gebären. Und ich hörte Männer klagen, daß die schwere Arbeit ihnen die Zeugungskraft genommen hätte und ihre Weiber bei den Spaniern lägen und sah, wie sie fortliefen, um sich zu erhängen. Kriegshunde sah ich, die sich satt fraßen an lebendigen Menschen. Und wie viel verkrümmte, gedunsene Leiber habe ich gefunden, die Leiber derer, die Gift verschlungen hatten, um der irdischen Hölle zu entgehen. Und wieder sah ich Kinder, die von Schwertern durchbohrt waren. Die Eroberer hatten sie von den Brüsten und Rücken der Mütter gerissen, damit diese das Gepäck und den Raub der Spanier über das Gebirge schleppten. Und dann fand ich die an der Straße verendeten Träger und Trägerinnen, deren letzte Lebenskraft die Sonne aufgesogen hatte. Und ich sah die Leichen der Perlentaucher, deren Brustkorb fast zersprungen war vom angehaltenen Atem, denn die Spanier stießen sie mit Spießen und Schwertern unter das Wasser, sobald sie heraufgetaucht waren und mit klammen Händen die Muscheln ins Boot geworfen hatten. Und der dunkles Herr war falb geworden von dem salzigen Wasser. Das alles habe ich gesehen und ich konnte doch nichts tun, als in die Luft ein Kreuzeszeichen zu machen über Bergen von Leichen. Und das alles ist doch nichts, denn ich habe die Fluchen hören, denen ich das Evangelium der Liebe gepredigt hatte und ratlos mit angesehen das Sterbende das Sakrament verweigerten, um nicht in das Paradies der Spanier zu kommen. Vor mir stürzten die Seelen der Unglücklichen in die ewige Verdammnis hinab. Und welche Schreie habe ich gehört? Die Schreie derer, die unter Peitschenhieben starben und derer, die lebendig verbrannt wurden auf dem Kriegszug in Higai und derer, die in der Folter hingen. Und die Schreie sind noch nicht das Furchtbarste. Viel schlimmer sind die Klagen und das Weinen und die Stummen von Tränen quellenden Augen. Und das Schlimmste sind die Fragen in diesen Augen, die nicht begreifen können und emporblicken zum Himmel und suchen und nicht wissen, wer da oben wohnt. Oh, was habe ich gesehen! Ihr habt mich nach der Wahrheit gefragt. Das ist die Wahrheit. Und es ist sie doch nicht. Viel, viel Schlimmeres habe ich noch gesehen, was kein Gehirn zu denken wagt, keine Lippe nachspricht. was selbst den Teufel mit Abscheu erfüllen müßte. Oh, was habe ich gesehen!